Das Besondere an unserem Spiel, es ist erstens ein Rätselspiel und das i-Tüpfelchen ist, es ist mit einem Eye-Tracker, also der übernimmt deine Augenbewegungen ins Spiel und im Spiel passieren dann ganz tolle Dinge. Zum Beispiel wenn man ein Penel ansieht, färbt sich das oder ein Knopf verfärbt sich oder vielleicht irgendwo in Entfernung sieht man etwas und dann gibt es noch diese Stimme, die dir dann erzählt, was das genau ist, was du vielleicht da gerade nicht hinsehen solltest und wenn du das doch tust, vielleicht passiert dann was Gutes oder was Schlechtes, kann man vorher nicht sagen, muss man testen. Bei unserem Spiel sind Emotionen sehr wichtig, weil mit diesem Eye-Tracker, das ist ein ganz neues Medium, was man da begreifen kann und umsetzen kann und vor allem der Spieler muss zu dieser Stimme ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dieses Verhältnis wollen wir ausnützen, wir spielen mit dem, vertraut er der Stimme immer oder nicht immer, was passiert, wenn er nicht vertraut. Er wird oft überrascht, vielleicht ist es lustig, was passiert, vielleicht ist es aber auch gefährlich und beängstigend und so spielen wir gerne mit unserem Spieler.